Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. Gehen wir mal ein bisschen weiter Richtung Siedlung. Wir haben eine Hüte entdeckt und da sind... Okay, auf welcher Taste war jetzt nochmal der E? Ich hätte gern den Dings wieder. Herrschaftszeiten, ich hab echt lange nicht mehr gekämpft hier. Ich möchte nicht laden, ich möchte mir gerne mal die Steuerung anschauen. Aktivieren ist eh, ja, das ist okay soweit. Wetz auf Kuh, okay, danke. Okay, können wir euch ausschalten? Ich hoffe es doch mal. Japp. Lecker Haarbürste. Auch das hat eine. Viele Gude. Okay, gebt mir mal bitte euer Zeug. Laden wir nach. Muss sagen, das Gewehr geht ganz gut. Und einmal aufs Sofa setzen. Hm, Whisky. Was haben wir denn da drin? Schlafender Ghoul. Mit einem Silber-Medallion. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir uns da noch anschleichen können. Ah, Chat nehmen wir mal mit. Ein Wurzellager. Ach, wir kommen jetzt nach unten, wie es scheint. Hm. Hätte ich mich vielleicht vorher nochmal umsehen sollen da oben. Lad nach. Danke. 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 So, Tischventilator. Ja, das... Ich muss jetzt nicht jeden Scheiß hier eins. Moni ist gut. Wer hat denn hier was gelagert? Die Lugule? Ich glaube ja nicht. Oh, ein Toaster. Cram nehme ich mal mit. Ähm, ja, heilen wir vielleicht auch noch mal eine Idee. Haben wir denn irgendwas an... Ja, komm, ich glaube wir... ...bauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen was rein. Ähm... Hundefutter. Ja, warum nicht? Dann vielleicht noch ein Redaway. Und das wär's auch schon. Spalchernfix und weiter geht's. Höhenschrank ist leider leer. Wo geht das denn hier hin? Vielleicht nochmal ein bisschen nach Fallen Ausschau halten. Komisch. Leuchtpilze. Musik. Weg damit. Ein Pümpel. Und halt ein wenig Radioaktivität. Wayne. Tja, Wayne interessiert's. Hätte besser laufen können. Das Wohnkorken-Silber ist schön. Oh, den hat's aber ganz schön zerlegt. Das Wohnkorn. Persönliches Terminal. Könnten wir entsch... Gut, wir können über die Zwei. Verdammt nochmal, ja. Diamond City ist jetzt dort auf deiner Karte markiert. Cool. Haben's aber schön gemacht hier. Sicherung. Mini-Atombombe. Bauen wir uns doch mal eine Atombombe. Klebeband. Klebeband. Cool. Ist allerdings auch hier ziemlich verstrahlt. Und Korken-Mine. Nicht schlecht. So, speichern. Gucken wir mal, ob wir das hacken können. Was war da forderlich? Ja, ja. Was haben wir denn alles? Fix Self. Rose. Copy Kork. Easy. As such. Nehmen wir mal Kork. Nix. Also fällt Korpi schon mal raus. Easy. Könnte es zum Beispiel sein. Absichtserklärung. Das war wirklich easy. Absichtserklärung. Erster und letzter. Ähm. Ist einfach nur Gebrabbel, oder? Gedankenkontrolle. Ich weiß ja nicht. Ja. Okay. Fast. Kann ich noch so ein Red Away nehmen? Und du mal mit? Wir verziehen uns mal wieder. Hallo Leiche. Die Schventilator. Ab raus. Wieder ein bisschen was erledigt. Indem wir eine Hütte geplündert haben. Voller Gule. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich hier doch mal von so eine tolle neue Waffe wechseln. Das ist jetzt auch relativ zu, wie es scheint. So. Weiter geht's. Da wäre, glaube ich, noch irgendwas. Irgendeine Hütte oder so. Dann ausguck. Schauen wir uns das doch mal an. Was bist du denn Schönes? Schlamm-Bohne. Schlamm-Bohne. Okay, da. Wohl eine verlassene Siedlung. Ich guck mal wegen Fallen. Da blitzt doch gerade irgendwas. Da blitzt doch gerade irgendwas. Jetzt bin ich... Ich bin's echt so gewohnt, dass auf V dieses Vets liegt. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Jetzt lass ich dir mal. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Och du Armer. Ähm, wir sollten uns vielleicht auch mal wieder heilen. Ist denn der Kollege da unten wohl, oder? Ja. Oh Gott. So, ich glaube, das wären dann die Raider. Koni nehme ich gerne mit. Die Beere. Ich glaube, die Nahrung nehme ich mal mit, was wir hier finden können. Trotzdem wird er ordentlich hier kassiert. Gefällt mir ja gar nicht. Was wäre es mit den Raiders? Habt ihr da irgendwas zerlegt? Golden Pot. Unkorken, Muni. Den Typ da wahrscheinlich. Sieht mir hier wieder nach saurem Regen aus. Ich glaube, langsam wäre auch mal wieder, äh, irgendwas, was gegen die Strahlung hilft. Ganz gut. Ah, ich hau mir nochmal so ein Red Away rein. Schon besser. Weiter geht es nach da. Boah, geht es uns wirklich so schlecht gerade hier? Komm, Medi. Wir fressen hier wieder Stimpaks bis zum geht nicht mehr. Sollen wir da zu dem Damm? Oder wie sieht das aus? Ja? Wer erwartet uns denn hier? Mal wieder Musik, finde ich ganz schön. Na, 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 na. Noch niemand. Wie weit ist es denn noch laut Karte? Ganzes Stück. Dann schauen wir uns das hier mal an. Haben sich hier auch noch irgendwelche Raider eingenistet? Ein Affe. Einmal nicht. Ach ja, endlich mal wieder Schloss knacken. Ja, schön. Eine Perücke. Hm. Wer damit? Schärfen wir die mal. Gut zu wissen. Ich speichere mal schnell. Ist noch was? Das hat irgendjemand gut gesichert. Der Kass ist leider nichts drin. Aber hier geht es weiter. Hochkochplatte, nö. Abgeschlossen. Gut, das ist dann mal für später. Wenn ich da dran denke. Wahrscheinlich ja eher nicht. Dann ziehen wir ein bisschen weiter durchs Ödland. Mal gucken. Da oben scheint was zu sein. Ist es das? Könnte ich mir vorstellen. Auch hier wieder eine kaputte Brücke. Genau, noch 100 Meter. Sehr schön. Dann sind wir da auch gleich mal angekommen. Wir haben doch eine ganze Folge gebraucht für den Weg. Also nicht ganz. Ungefähr. Aber wir haben ja auch noch ein paar Umwege genommen. Gleich, gleich, gleich. Gleich, gleich, gleich. Warum haben wir da nicht? Was haben wir da unten? Professor Goodfields. Mir scheint auch... Ne, ich will den nicht angreifen. Oh Mann, groovy. Kennst du vielleicht Ash? Aus Evil Dead. Okay, scheinbar ist sonst niemand hier. Ich habe Spaß. Ist ein ganz cooler. Na dann. Reden wir mal mit ihm. Ich glaube, schleichen brauchen wir dann hier nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, groovy. Ist du ein bekiefter Roboter? Abgefahren. Scheinbar. Impact Lootpaket, cool. Abgefahren. Da lodert noch etwas. Ach, scheinbar ist das... Oh Mann, groovy. Wenn wir im Schleichmodus sind, geht das wohl mit dem Ding. Können wir irgendwas leckeres kochen? Red Kakerlage. Ja, komm. Todeskrallensteak. Wirklichkeit für eine Stunde. Ja, weniger. Ah, hallo, cool. Es ist wohl doch nicht so sicher hier, wie es den Anschein hatte. Ofenhandschuh. Cool. Sache. Kartoffelchips. Zauberer blauer Anzug. Du, Zahnbürste, Ofenhandschuh. Äh, nein. Wir sollen hier aber, glaube ich, noch ein bisschen säubern, oder? Ich denke mal, dass wir dann einfach... ... die Dinger hier so weit zerlegen. Speichere ich nochmal fix. Dann gucken wir uns hier die nächsten... ...Häuser nochmal an. Fuck. Weg. Cool. Auch wenn es auch kompliziert geht. Immer da. Oh, doch. Wo? Ach. Ach, das ist... Ich muss mich echt hier umgewinnen. So, und tschüss. Immer dein Fleisch. Ah, Redaway, sehr gut. Stimpak lohnt sich ja hier drin. Mit Stimpaks, wie wir jetzt hier wieder verbraucht haben... ...scheint wohl die Medizinstation zu sein. Urban. Cremefarben. Oh, da können wir halt Stoff draus kriegen. Nehmen wir das auch nochmal mit. Wenn ich das craften, würden wir jetzt ja noch mehr dazu... ...Fried Robots, ne? Gezwungen... ...sich hier durch zu... ...oder sie den ganzen Scheiß hier mitzunehmen. Was sagt eigentlich unsere Karte? Ähm... ...säubere die Kooperative. Alles klar. Wahrscheinlich dann hier die zwei... ...Dings noch. Die zwei Häuschen. Überraschung. Einmal. Zweimal. Schön. Beam leider nicht ganz geklappt. Okay, das war einfach. Krone nehme ich mit. Hier noch ein bisschen... ...Zeug zum Anbauen. Kühlenpilze. Jam, jam. Ah, toll. Beladen. Ich gucke mir mal die Waffe an. Da die ja nicht mehr kaputt gehen, kann ich die ja glaube ich auch einfach wegschmeißen... ...oder beziehungsweise verkaufen. Der sieht gar nicht schlecht aus, der Repetierer. Werde ich mir vielleicht auch mal hier gerade hinlegen. Ich gucke mal auf die vier. Dann haben wir sie auch zweimal, wie mir scheint. Dann kicken wir den halt einfach mal wieder raus. Kann auch weg. So. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao.